Ich koppel noch mal. Wie war das noch mal? Ich muss meine Aufteilung noch mal durch. Auf der Wunschliste. Ich muss meine Aufteilung noch mal durch. Ich bin der Wunschliste. Ich bin der Wunschliste. Ich bin der Wunschliste. extra�欄! Ich habe ja gespeichert. Vor dem Gebrauch Spiel abspeichern. Ich habe es gemacht. Haben wir recht. Gibt es eine gute Strategie gegen das Monster? Da haben wir ihn. Also den würde ich am liebsten auf Level 1 bekämpfen. Hat er nur 1600. Habe ich eigentlich Analyse? Was ist ein hilfreich denn, den Rabbid? Ne, am hilfreichsten ist Wind. Wir haben kein Wind. Doch. Wir haben Lins. Oh, warte mal. Wir haben Fire. Fest halt raus. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben Eis. Ah. natürlich macht er es jetzt auch sehr gut doch komm ernsthaft ja ja ich hab grad nachgeschaut ja das ist die effektivste war der hat nicht viel leben also wir können es schaffen ja 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 verlehrt hä? ihr wollt mich doch jetzt verarschen! aber draw kann viel schlagen? Das schlägt ja nur Fall Viel Jetzt zaubert doch mal Das ist falsch mit dem Zauber Was lagere ich jetzt, wenn man Zauber ist Kann viel schlagen Sie machen das gar nicht Oh endlich Boah ihr seid scheiße Ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt alle eure GFs bitte Jetzt mal ernsthaft, ist der bescheuert? Warum heilt der mich? Du bist du? Du bist du? Du bist du? Du bist du? Ich sprüge noch mal vor! Ich hab noch Blitz gegen den Wald. Woohoo, Turkan! Oh oh! Gravia! Gravi-Autsch! Los, töten! Das ist doch scheiße! Ja, okay, dann scheiße. Verdammt, das war daneben. Okay, das bringt ihm nicht weh! Nein, nicht doch jetzt! Er ist kurz vorm Ende! Ich spür's! Ach ja, das töte GFs! Heil! Was ist das denn für ne Heilung?! Greif da an! Das ist mir jetzt grade scheißegal, wenn du einen Gravia macht! Greif da an! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Los jetzt! Do it! Stirb am Blitzra! Komm jetzt! Wir haben jetzt den Scheiß! Sie rief! Teilherum! Wir sind die Mitte. Die Mitte. Wieso hält der nur so viel aus? Ja komm! Soll der stirbt doch! Zauber! Einfach drauf! Ich kann normal machen! Schafft es grad nicht sonst! Ich kann normal! Ich kann normal! Ich kann normal! Und ich kann normal! Ich kann normal! Ich kann normal! Jetzt haben wir schon mal! Ok, das passt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm schon, Leute! Weg, eure Namen! 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Was ist der Neafi? Ja, endlich! Ja, endlich! Kann man den auch mit Gravi töten? Oder nur Schwächen. Okay, das war mehr Schaden. Wann merke ich, dass ich aufhören sollte zu zaubern im Gravit? Vorhin hat er noch 900 gemacht. Jetzt funktioniert! Oh, ich versuch's gemacht! Oh, du Pisser! Ich war gerade bei dir zu heilen! Zählen! Zählen! Okay, dann schauen wir weiter. Mach keinen Scheiß! Oh! 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 Oh Gott jetzt, wie viel ausgeht, für Zuleda? Nein, 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 nicht Zuleda! Nein, ich will nicht Zuleda! Glauben wir, jeder halt sich? Auf jeden Fall! Oder Selfie halt! Ich wäre besser. Ich wäre besser. Oh nooo, ich hasse dich! Oh, dieser Kampf ist echt. Ich würde am liebsten schieben. Ich würde am liebsten schieben. Ich würde am liebsten schieben. Hm genau, nicht. Mein letzter Königstiel. Geh auf! Ja! Warum macht er das? Das ist doch unlogisch! Der greift sofort den an, der gerade aufsteht! Wie viel Pech habe ich bitte? Wie viel Pech habe ich mich? Is das okay? Geh auf! 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 Das war's für heute. Oh nein. Ja, Excel wird jetzt verschwinden. Ja, das war's für heute. Oh nein. 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 Wahrscheinlich habe ich zu lange gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Oh, listen. Oh, listen. Untertitelung des ZDF, 2020